Yo Leute, was geht? Flexi und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Und heute ist mit dabei die liebe Zenos. Ist das dein Ernst, Alter? Ist das gerade dein scheiß Ernst? Hä? Hä? Ähm, Zenos. Wie kannst du jetzt so tun, Alter? Nee, nicht Zenos. Warte mal, Zenos. Ähm, Leute, danke für die ganzen Likes auf das letzte Video und die ganzen hilfreiche Kommentare. Ey, ist das dein Ernst? Jetzt kommen wir jetzt so zum Thema. Was für Likes, Alter? Wie redest du gerade? Ey, ist das dein Ernst, Mann? Hä? Was ist jetzt schon wieder los mit dir? Ich dachte, es ist alles erklärt. Wir haben hier zusammen das Dorf erkundet und jetzt machst du auch wieder so? Es ist nichts geklärt, Flex, okay? Es ist gar nichts geklärt, Alter. Nee. Tu nicht jetzt so, Mann. Ey, ich mach doch gar nichts, Mann. Die Leute dachten auch schon von dir, was da los ist und so. Du machst gar nichts. Die Leute wissen nicht mal, was passiert ist, okay? Hä? Die wissen nicht, was passiert ist. Ja, die wissen doch nicht, was passiert ist. Klar, die wissen alles, was passiert ist. Ich mach doch die ganze Zeit Videos. Ich nehm sogar jetzt gerade auf. Du brauchst gar nichts verheimlichen und so tun, als wär irgendwas passiert. Ist das dein Ernst, was soll ich verheimlichen, Mann? Was sollte ich verheimlichen? Ich hab keinen Bock auf dein Gelaber. Du wolltest hier die Welt erkunden zum Ablenken? Dann machen wir das doch jetzt einfach. Lass doch die Welt erkunden. Komm. Nein, ich will es einfach nicht. Hä, was willst du nicht? Du hast vorher gesagt, vor ein paar Minuten oder so hast du gesagt, du willst die Welt erkunden. Dann haben wir dieses Dorf gefunden. Und jetzt machst du wieder so, ey, Zenosch, ich geh einfach alleine, wenn du nicht mit willst. Ist das dein Ernst? Denkst du, es ist alles wieder gut zwischen uns oder was, Alter? Hä? Denkst du, es ist zwischen uns alles wieder gut? Nein. Ja, hab ich... Ja, nee. Nein. Nein. Aber guck mal, Zenosch, du musst mich auch verstehen. Es war doch gerade alles gut. Du hast dich ein bisschen beruhigt. Wieso jetzt auf einmal so? Ich dachte, wir fangen ganz normal Minecraft an und jetzt so. Komm, Zenosch, wir machen einen Deal. Zenosch. Zenosch. Was für ein Deal? Was für ein Deal? Bitte. Lass doch einfach weiterlaufen, erkunden. Nein. Wir haben hier schon alles durchgeschaut. Lass einfach weitergehen. Komm, lass einfach in die Richtung. Warte mal. Warte mal kurz. Willst du, dass es mir schlecht geht? Hä? Willst du, dass es mir schlecht geht? Obwohl ich für dich so vieles getan habe, Flexiboy. Ey, Leute. Ich bin gerade gemutet. Sind Mädchen immer so kompliziert? Was soll ich machen? Wie soll ich sie ablenken? Ich check gar nichts mehr. Helf mir mal in den Kommentaren. Hey, Zenosch. Und beantworte mir mal. Ja, ich beantworte. Beruhig dich mal. Ich muss ein bisschen überlegen. Lass in der Zeit, wo ich überlege, einfach mal weitergehen. Ey, das kann doch nicht sein. Wir kommen hier gar nicht weiter. Wir starten... Ich juck... Nee, 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 nee. Wir starten hier ein Projekt und wir machen hier gar nichts. Wir können doch jetzt nicht streiten. Dich juckt es nicht mal, Alter. Mir geht es gerade so was von Scheiße. Was machst du? Ey, yo, Zenosch. Komm, lass die Welt erkunden. Wie ist das? Oh mein Gott, guck mal. Hier ist ein Dorf. Hier sind Tiere. Wir können nicht die ganze Zeit auf der gleichen Stelle bleiben und hier rumdiskutieren. Das hilft doch nicht. Magst du mich überhaupt noch? Bin ich immer noch wichtig für dich? Zenosch, was ist das jetzt für eine Frage? Klar mag ich dich. Klar. Sonst würde ich sowas nicht mit dir machen. Guck mal. Unsere schlechte Stimmung wirkt sich die ganze Zeit auf das Wetter aus. Was ist das jetzt hier schon wieder? Ja, das ist nicht meine Schuld, Mann. Flexi Boy. Hä? Als wir keinen Kontakt hatten, mir ging es sowas von Scheiße. Du willst nicht mal wissen, wie es mir ging. Hä? Aber das haben wir doch besprochen. Wir hatten doch schon alles geklärt. Wieso bringst du jetzt wieder alte Themen zurück? Das war doch schon alles fertig. Ja, aber man... Die Sache kann man nicht so einfach vergessen, okay? Ja. Ich verstehe schon, dass man das nicht so vergessen kann, okay? Alles gut. Aber wir müssen da jetzt durch. Guck mal. Wir müssen dieses Projekt weiterführen. Die Leute wollen das. Und ich hoffe, du willst das auch noch weiterführen. Wir... Wir wollten doch... Guck mal, Zenosch. Natürlich will ich. Ja. Wir wollten doch zusammen die Liebesinsel nachbauen. Ja, guck. Wir wollten die Liebesinsel nachbauen. Aber was machen wir hier gerade? Wir bauen nicht mal diese Liebesinsel nach. Guck mal, Zenosch. Wir können doch so machen. Wir laufen jetzt ein bisschen rum, okay? Wir müssen ein bisschen aufpassen. Aber wir müssen irgendwie eine Location finden, wo man ganz viel Wasser sieht. Weißt du? Wie so ein Meer. Und da können wir dann anfangen, die Liebesinsel zu bauen. Würdest du das wirklich für mich machen? Klar würde ich das für dich machen. Aber das Problem ist, ob du das willst. Weil wenn wir dann auf dieser Insel sind... Hör mal zu. Wenn wir auf dieser Insel sind und dann haben wir nur ein Haus. Du hast mir letztens gesagt, du willst jetzt nicht zusammen mit mir in einem Haus sein. Ähm, Dings. Das, ähm... Darüber kann man... Darüber können wir nochmal sprechen, okay? Was ich da alles gesagt habe, das war nicht so gemeint. Also, das war auch nicht böse gemeint. Aber wir können doch mal darüber nochmal sprechen, oder? Oder... Oh Mann, ich bin einfach so dumm, Flexiboy. Ich bin einfach so dumm. Das Problem ist, du verwirrst mich ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ich mit dir umgehen soll. Mal bist du so, mal bist du so. Ja, okay, dann bin ich halt so aggressiv, okay? Dann bleib ich auch aggressiv, okay? Ey, man, ich check gar nichts mehr. Es regnet hier. Wir haben beide schlechte Stimmung, beziehungsweise du hast schlechte Stimmung. Und, ey, das können wir so nicht weitermachen. Was ist denn da los, Mann? Wir dürfen nicht sterben, weil sonst spawnen wir wieder ganz am Anfang. Und dann müssen wir alles wieder laufen. Dann war alles umsonst. Okay. Ach, nö, hä? Hier sind große Berge, hä? Wir wollten doch... Oh nein, was ist denn das jetzt? Da ist so... Da vorne ist so ein großer Eingang. Hä? Wir wollten doch aber eine ganz andere Location finden, Sänisch. Wir müssen, glaube ich, nach da, okay? Bist du dir sicher? Ja, ich bin mir sicher. Alles gut. Wir müssen weiter erkunden, aber... Wieso willst du die Welt unbedingt mit mir erkunden? Ist das dein Ernst? Warum stellst du mir so komische Fragen? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass irgendjemand dir irgendwas eingeredet hat. Warum stellst du so komische Fragen? Weil ich es wissen will. Warum denn unbedingt mit mir? Hä, Sänisch? Ja. Was denn? Ich fahr nur flexibel. Darf ich nicht fragen? Ich schicke gar nichts mehr. Sänisch, wir müssen hier kurz schlafen gehen. Es ist viel zu dunkel, okay? Es kommt auch schon zu... Es ist aber auf mich. Sänisch, können wir jetzt schlafen? Hinter dir, Mann! Ja, Sänisch. Wir müssen jetzt uns eine kleine Höhle bauen, damit wir schlafen gehen können, okay? Komm mit, komm mit. Komm einfach hier kurz rein und mach wieder zu hinten, okay? Hast du hinten zugemacht? Ja. Es tut mir leid, okay? Bitte. Ich weiß nicht, ob ich dir verzeihen kann. Leg dein Bett jetzt einfach hier hin und wir gehen kurz schlafen, okay? Was? Dein Ernst? Sänisch, leg dein Bett hin und lass schlafen gehen. Ich weiß selber nicht, wie ich reagieren soll. Leg das einfach genau. Warum kann man nicht schlafen, wenn Monster in der Nähe sind? Das kann doch nicht sein. Müssen wir jetzt alle... Wow! Komm nicht raus, komm nicht raus, nicht raus. Ah! Komm rein, schnell rein, 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 rein. Ich kann schlafen, schnell, 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 schnell. Ja, 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 schnell, schnell, schnell. Oh mein Gott, Alter. Hast du noch genug Essen, Sänisch? Ja, aber ich hab sehr Hunger. Ja, dann ess mal was. Oder hast du noch Brote? Ich mag dich immer noch, okay? Ich weiß nicht, dass du jetzt von mir das Falsches denkst oder so. Okay, bitte. Aber ich bin halt ein bisschen traurig, weil mich das wirklich alles verletzt hat. Ja, ich kann dich auch verstehen. Ich weiß auch nicht, sollen wir jetzt noch weitermachen oder war das jetzt alles ein bisschen zu viel für dich? Nein, nein. Es war nicht so viel. Ich will mit dir die Libus-Insel nachbauen und die Welt erkunden. Können wir das vielleicht jetzt hier beenden, eine Nacht drüber schlafen und wann anders weiter erkunden? Ja, alles gut, okay. Wir sind die ganze Zeit nur am streiten. Ich weiß doch selber nicht, was ich machen soll, weißt du? Ist meine Schuld, alles gut. Ich muss meinen Fehler einsehen. Und vor allem, du warst eine Folge lang, warst du korrekt drauf, warst voll nett. Und jetzt bist du auf einmal wieder so, weißt du, was ich meine? Das ist auch ein bisschen verworren für mich. Es tut mir leid, ich bin auch ein Mensch, ich habe auch eine Seele, ich habe auch ein Herz, ich habe auch Gefühle. Es wird auch für mich irgendwann mal zu viel. Ja, okay, alles gut, Seenosch. Leute, ich habe mich jetzt gerade gemutet. Ich will das Ganze jetzt hier beenden, die Folge. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie wir das Ganze weitermachen sollen. Lasst eine Bewertung da und dann sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, euer Flex. Tschau.